Okay, willkommen zurück, heute mit sehr viel Wissen über DataFrames, was ihr vielleicht kennt, vielleicht auch noch nicht kennt und was wir leider letztes Mal einfach nicht mehr machen konnten, weil sonst wäre das Video viel zu lang geworden. Vielleicht machen wir das hier sogar in mehreren. Okay, wir haben letztes Mal kennengelernt. Wir können mit DataFrames im Endeffekt Mathe machen, wenn wir das wollen und alle Elemente auf einmal reduzieren. Das geht wunderbar. Wir können aber natürlich nicht nur durch 5 teilen zum Beispiel, sondern wir können auch komplette, ja alles im Endeffekt verwenden, um irgendwelche Mathe zu machen. Das heißt, wir können auch hier die Funktion .add, auch wenn sie hier nicht steht, .sub, .mull und .div verwenden, um hier tatsächlich, ja, ganze Spalten da reinzubrechen. Ich mache mal ein Beispiel mit add. Okay, das heißt, was wir machen wollen, ist, wir wollen eine Zeile zum Beispiel, vielleicht nehmen wir hier die df.ilog. Vielleicht nehmen wir die, einfach die erste, also halt nicht die nullte, sondern die erste. Okay, wir wollen auf die erste, also auf die B-Zeile, auf die hier, wollen wir was drauf addieren. Und was wollen wir da drauf addieren? Naja, wir wollen bei 9. Lassen wir es doch einfach mal so ausgeben. Was hier passiert, ist folgendes. Schaut euch das mal ganz kurz bitte an und vielleicht sollten wir das hier noch weg machen, sonst wird das nur verwirrend. Okay. So, wir haben hier die, ja, ich räume hier mal ganz kurz auf, das hier brauchen wir eigentlich auch gerade nicht. Genauso wie das Assignment hier, das brauchen wir auch gerade nicht. Aber was wir eher bräuchten, wäre hier genau das hier. So, was jetzt passiert, ist folgendes. Wir sagen hier, wir wollen adden auf unser DataFrame eine Spalte, äh, eine Zeile und zwar die Zeile mit dem Index 1. Der Index 1, das ist diese Zeile hier. Das heißt, wir sagen, wir wollen gerne die Zeile 1, 42, 3 hier rauf addieren. Okay, das heißt hier auf 0, 1, 3, 3, 7 und 2 kommt eben 1, 42 und 3 dazu. Und wir sehen, das passiert quasi überall. Das heißt, hier auf die Spalte A komplett runter wird überall 1 drauf addiert. Auf die Spalte B wird überall 42 drauf addiert. Auf die Spalte C überall 3. Und das zieht sich bis nach unten durch. Das ist das Ergebnis vorher und das ist das Ergebnis nachher. Und damit haben wir eigentlich relativ schnell solche, ähm, ja, solche Additionen auch gemacht. Wir können aber auch eine Achse angeben, Axis. Und die setzen wir mal auf 1. Was hier passiert, ist dann folgendes. Wenn wir das jetzt ausführen, kriegen wir genau dasselbe Ergebnis raus, ähm, weil das ist quasi gleichbedeutend. Wenn wir hier jetzt allerdings die Achse auf 0 setzen, dann gehen wir halt über die Spalten, nicht mehr über die Zeilen. Und dann sieht das Ganze so aus. Das wird euch jetzt wahrscheinlich gerade mal ein bisschen kurz kaputt machen. Ähm, und zwar, wir haben hier A, B, C immer noch da. Aber das Problem ist, wir haben jetzt hier unten auch die ganzen anderen Spalten. Also natürlich kommt hier überall, ähm, N, A, N raus, weil wir hier aus Versehen versuchen, ähm, Spalten aufzumultiplizieren, wo wir hier eigentlich eine Zeile haben. Äh, nicht multiplizieren, sondern addieren, sorry. Also, den Teil, ähm, vorsichtig sein. Wenn bei euch irgendwann mal sowas seltsames wie N, A, N überall rauskommt, dann habt ihr hier die Achsen verdreht. Ähm, okay, soviel zu den ganzen Operationen. Was auch sehr hilfreich ist, häufiger mal, ist, wenn ihr nur, also, normalerweise habt ihr ja wirklich sehr, sehr viele Daten, okay? Also im Sinne von, ja, okay, vielleicht nicht Millionen, aber mehrere tausend Datenpunkte habt ihr wahrscheinlich schon. Ja, und, ähm, wenn ihr hier dann damit arbeitet, dann könnt ihr euch die nicht einfach alle ausgeben lassen, häufiger mal, oder wollt das vielleicht nicht, weil es einfach viel zu lange dauert. Was ihr dann machen könnt, ist Punkt Hat oder Punkt Tail. Ähm, normalerweise wird Hat oder Tail immer die ersten, beziehungsweise letzten fünf nehmen. Hat nimmt die ersten fünf, Tail nimmt die letzten fünf. Das bedeutet in unserem Fall natürlich alle. Aber wenn ihr jetzt hier, sagen wir mal, ähm, tausend Datenpunkte habt, dann habt ihr bei Hat eben nur die ersten fünf ausgegeben und bei Tail nur die letzten fünf. Was euch natürlich das Ganze deutlich erleichtert, weil ihr so einen, naja, Eindruck bekommt, wie überhaupt die Daten aussehen. Also, in welchem Rahmen sind die Dinger? Sind die von null bis eins? Oder sind das Namen? Oder was ist das eigentlich genau? Ähm, das muss man sich natürlich erstmal angucken. Das hätte ich euch eigentlich vielleicht vorher zeigen können. Hat und Tail, wichtige Funktion. Ihr könnt natürlich auch sagen, ich will zehn Datenpunkte haben oder ich will nur einen Datenpunkt haben. Das geht auch. Schauen wir uns gerade mal kurz an, wenn ich hier nur Head von 1 mache, dann sehen wir hier, ich kriege nur die erste Zeile ausgegeben. Und wenn ich nur Tail von 1 mache, kriege ich natürlich nur die letzte Zeile ausgegeben, die ich hier habe. Ähm, um das Ganze ein bisschen abzukürzen, dann hat man quasi so einen kleinen Eindruck über die, über den Umfang. Der Standard ist, wie gesagt, glaube ich, fünf. So, ähm, jetzt noch eine weitere Sache, die vielleicht, ähm, nicht ganz unwichtig ist. Und zwar, nehmen wir an, ihr habt fehlende Werte. Wir nehmen jetzt hier einfach mal diesen Wert hier raus, die sieben. Ähm, dann haben wir in unserem DataFrame einfach hier ein, äh, ja, doof. Dazu brauche ich natürlich hier wieder mal ein Dikt. Ein B-Dikt, das kennen wir ja schon. Und wir definieren uns hier die Werte als A ist 1337, das ist dasselbe. B wäre mein Wert 42 und C wäre der Wert 40. Und D existiert, äh, beziehungsweise 0 existiert einfach nicht. Jetzt können wir hier tatsächlich das B-Dikt angeben. Und haben hier dann einen Wert, der nicht vergeben ist. Äh, das wird euch häufiger mal passieren, dass ihr so einen NAN-Wert habt. Das ist auch okay, ähm, weil normalerweise, wenn ihr damit arbeitet, wird Pandas, beziehungsweise NumPy ja auch, wird die Werte einfach ignorieren. Ähm, das bedeutet, wenn irgendwas damit passiert. Also sagen wir jetzt einfach mal, df plus df oder df plus df.copy, ja, damit kopiert ihr ein DataFrame. Dann habt ihr hier zwei DataFrames, die ihr verwenden könnt. Dann kommt natürlich hier einfach genau dasselbe raus. Nur, naja, es wird natürlich hier auch NAN eingesetzt. Also NAN plus NAN, NAN durch NAN, das ist in Ordnung. Ähm, wenn wir jetzt hier durch 0 machen, beziehungsweise durch Sekunde, ähm, wir machen df durch df. Ja, dann sollte ja überall 1 rauskommen, außer da, wo die 0 steht, da kriegen wir ein NAN. Und das ist auch genauso. Das heißt, wir teilen jeden Eintrag durch sich selbst, naja, offensichtlich überall 1. Und außer NAN, NAN durch NAN ist NAN. Und das hier wirft euch keinen, äh, keinen Zero Division Error, sondern ihr bekommt einfach ein NAN da reingeschrieben. Und so entstehen natürlich mal Werte, die einfach so nicht existieren können. Äh, das könnten zum Beispiel Messfehler sein, das könnten auch einfach irgendwelche komischen Berechnungen sein. Irgendjemand von euren Usern hat getrollt und hat als Alter 0 Jahre eingegeben. Solche Sachen, das kann durchaus vorkommen, ähm, ist nicht ungewöhnlich. Ihr könnt hier tatsächlich dann aber auch sagen, okay, ich würde ganz gerne eigentlich meine, äh, Werte irgendwie festlegen. Das heißt, ihr könnt sowas sagen wie, ähm, das müsst ihr dann allerdings über df.add machen, also über die Funktion add, äh, könnte ich hierher gehen und sagen, ich hätte ganz gerne df.copy hier drauf addiert. Und wenn du einen Wert nicht findest, dann bitte nimm den fill value und setz den auf 42, okay? Okay, und, ähm, was wir dann natürlich bekommen, ist das hier. Ähm, wir haben hier oben den NAN-Wert, hier unten haben wir immer noch den NAN-Wert, okay. Aber wenn wir irgendwo einen Wert gebraucht hätten, für irgendwas, dringend gebraucht hätten, dann hätten wir eben hier den Wert 42 eingesetzt. Wenn ihr den Wert jetzt hier ersetzen wollt, oder generell, wenn ihr irgendwelche NAN, also Not-A-Number-Werte ersetzen wollt, dann könnt ihr fill NA, also die, äh, ungültigen Werte ersetzen, und zwar mit z.B. 42. Und dann habt ihr hier überall wieder Werte drin, also quasi die Default-Werte. Hier haben wir dann 42,0 eingesetzt. Nicht wundern, dass hier oben stand schon vorher drin. Ähm, das sind quasi diese Durchschnittswerte. So könnt ihr natürlich auch eure, ähm, falls es irgendwann mal Fehler geben sollte, eure Dinge auffüllen, falls ihr da Probleme habt. So, kurz der Vollständigkeit halber, es gibt selbstverständlich noch andere, ähm, Operationen, sowas wie, ich printe das einmal ganz kurz aus, sowas wie df. ähm, Punkt, equals, also dann einfach nur eq, nicht equals schreiben, eq, naja, wem soll es gleich sein, sagen wir einfach mal df, offensichtlich sollte das wahr sein, das heißt, wenn df gleich df ist, dann sehen wir hier wahr, außer natürlich bei unserem n-a-n-Wert, dann ist hier unten ein Fold rausgekommen. Ihr könnt hier auch so Sachen machen wie, äh, not equals, klar, das Gegenteil davon, äh, less than, greater than, also halt die ganzen less equals, äh, greater equals, halt die ganzen Operationen mit größer gleich, kleiner gleich, und so weiter, und so fort. Selbstverständlich, ähm, ist das jetzt speziell für DataFrames gedacht, für einzelne Werte könnt ihr auch sowas machen, also DataFrame größer 0, äh, dann bekommt ihr das hier raus, das wird dann quasi für, jeden Wert einfach mit 0 verglichen, und wir haben einen Wert, der nicht größer ist als 0, nur selber, und natürlich n-a-n, der auch nicht größer ist als 0, wir können aber auch mit kleiner, ups, ja, so natürlich nicht, wir können natürlich auch mit kleiner als 0 arbeiten, das geht genauso, da bekommen wir überall Falls raus, weil 0 ist auch nicht kleiner als 0, wir können hier aber auch kleiner gleich 0 machen, dann, ja, also ich meine, ihr kennt das ganze Ding, ist klar. So, ähm, wir sagen jetzt hier einfach mal wieder größer 0, und jetzt machen wir aber mal was anderes, und zwar gibt es noch den genialen Trick mit .all, ähm, .all oder .any, da bekommt ihr das ganze dann pro Spalte gezeigt, also quasi hier, hey, überprüfe bitte alle Werte, sind die alle größer 0, und wenn ja, dann schau mal nach, ob das für die ganze Spalte gilt, für a gilt das nicht, in a hatten wir, wie gesagt, den Wert 0 hier, für b gilt das auch nicht, ähm, da haben wir den Wert n-a-n drin, und für solche Fälle wäre vielleicht so ein Fill gar nicht mal so schlecht gewesen, also zum Beispiel mit 1 fällen oder mit dem Durchschnitt fällen oder sowas, ähm, weil sowas ist natürlich dann, ja, also sowas ist wunderbar zum Error checken oder sowas, klar, und bei c haben wir tatsächlich hier ein True, weil hier jeder Wert größer als 0 ist, und wir können das auch mit any machen, also ist irgendein Wert davon größer als 0, und natürlich kommt hier überall True bei raus, ähm, wir können das mehrfach reduzieren, das heißt, wir können zum Beispiel sagen, ist in jeder Spalte irgendein Wert größer als 0, und sind davon alle Werte größer als 0, ihr könnt das reduzieren, so oft ihr wollt, das funktioniert, äh, in unserem Fall kommt hier True raus, weil bei diesem any sind alle drei Werte True, und das all macht einfach, sind alle Werte hier drin True, und das ist der Fall in diesem Fall, ja. Ja, tut mir aber einen Gefallen und achtet darauf, dass Werte hier auch falsch sein können, das sind Floating Points, ja, wenn ihr hier Integer angebt, okay, aber wenn ihr sagen wir mal, ähm, 37, sowas habt, ja, dann wird das meist nicht mehr richtig, irgendwann nicht mehr richtig dargestellt, in unserem Fall wird das halt irgendwann hier abgeschnitten, ähm, die Zahl selber ist wahrscheinlich noch genauer, aber achtet darauf, die sind nicht unendlich genau, und das heißt, wenn ihr hier auf Gleichheit testet, wenn ihr auf Größe als testet, oder, 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 äh, testet niemals auf, also wenn ihr mit Floating Werten arbeitet, testet niemals auf exakte Gleichheit, sondern macht einen Rahmenbereich, also quasi, ist es im Rahmen von 137, beziehungsweise 136,999 bis 137,001 oder sowas, ähm, und dann rundet ihr einfach auf 137 zum Beispiel, äh, 1337 meine ich natürlich, ähm, also so ein Bereich wäre nicht schlecht, äh, lohnt sich wirklich, wenn man hier solche ungenauen Floatwerte hat, ähm, und gerade beim Teilen oder sowas habt ihr das natürlich häufiger mal, das sind aber so generelle Programmierkonzepte, ich glaube, die kennen die meisten von euch dann auch. Ähm, als letztes, warum man das eigentlich auch meistens oder häufiger mal macht, ist, wenn ihr schlechte Datensätze habt, dann kommt das öfters mal vor, ähm, hier ein klein bisschen ein konstruiertes Beispiel, und zwar, lasst uns sagen, wir haben hier genau das, also wir haben genau diesen fehlenden Wert hier, der hier NAN ist, ähm, und ich mach das mal eben für euch, so, ähm, dann haben wir dieses Szenario, also ich hab jetzt hier tatsächlich mal einfach A rausgelassen, komplett weggelassen von unserem zweiten DataFrame, B enthält nur den fehlenden Wert von A, damit wir den ausfüllen können, und C enthält einfach dieselben Werte. So, und jetzt hab ich hier die Funktion CombineFirst genommen, um die DataFrames miteinander zu kombinieren, das heißt, ich hab den DataFrame 1, der hier mit dem NAN-Wert, hab ich einfach kombiniert und hab gesagt, stopft da mal die Werte aus dem DataFrame 2 rein, also quasi 0 auf 1337 zu setzen, das ist jetzt hier, und naja, C sind dieselben Werte. Was wir jetzt mal machen, ist folgendes, was passiert denn, wenn ich hier andere Werte, ähm, verwende, und die erwarte? Dann sehen wir hier bei CombineFirst, also DF.CombineFirst, wird davon ausgegangen, dass unser DataFrame 1 eigentlich eine bessere Qualität hat, und das ist häufiger mal so der Fall, wir nehmen quasi uns einen Datensatz, den DF1, also den hier, den wir schon die ganze Zeit benutzt haben, wir nehmen diesen Datensatz und stopfen dort den zweiten rein, wir nehmen aber nur die Werte vom zweiten, wo wir beim ersten keine Werte haben, wir gehen also davon aus, dass unser erster Datensatz besser ist als der zweite, und die Werte, die wir halt nicht haben, die nehmen wir vom zweiten rein, ähm, und das kann zum Beispiel wunderbar funktionieren, wenn ihr mehrere Experimente habt, und dann einfach versucht, die fehlenden Werte aus dem ersten Datensatz auszugleichen, ähm, und ja, da kann man dieses CombineFirst benutzen, wenn ihr es natürlich andersrum macht, DF2 kombiniert mit DF1, dann sieht das ein bisschen anders aus, dann sieht das so aus, dann haben wir natürlich hier, also wir haben immer noch alle drei Spalten, auch wenn wir hier eigentlich gar keine Spalte A haben, ja, die existiert ja im DataFrame 2 gar nicht, ähm, aber die Spalte A wird dann halt komplett aus dem ersten DataFrame übernommen, obwohl wir hier CombineFirst mit dem ersten gemacht haben, beim DataFrame 2 wird hier tatsächlich auch alles aufgefüllt, weil der hat ja drei blinde Flecken, und die werden einfach alle vom ersten DataFrame genommen, und beim letzten Punkt, da nehmen wir natürlich jetzt hier das vom zweiten DataFrame, das heißt, die 1, die 1, äh, die 3, 3, 3, 7, sorry, ähm, die 4 und die 5, die gleichen sicher, da nehmen wir die Werte vom DF2, die wir ja schon haben, nur die blinden Flecken sozusagen, werden von unserem DF1 verwendet, und das ist vielleicht ganz interessant, dass hier sogar vollständige Spalten ersetzt werden, und hinzugefügt werden, das heißt, ihr habt am Ende wirklich alle Spalten, nur die, die gleich heißen, also die dieselben Namen haben, B und C, die werden hier tatsächlich übernommen, wenn ich den hier D nenne, dann haben wir natürlich hier sehr, sehr viele blinde Flecken wieder, dann sehen wir hier, die werden kombiniert, und dann haben wir hier halt ein NAN, und hier haben wir drei NANs, also achtet darauf, dass die auch die richtigen Namen haben, ist klar, ähm, ja, also soviel zum Kombinieren, ähm, eine allerletzte Sache für dieses Video noch, und zwar, äh, wenn ihr mal in die Verlegenheit kommen solltet, ihr müsst mit, äh, irgendeinem DataFrame in NumPy arbeiten, ohne dass ihr Pandas benutzen könnt, oder wollt irgendwelche NumPy-Operationen drauf zu machen, äh, drauf durchführen, dann könnt ihr natürlich hier auch, to NumPy schreiben, dann kriegt ihr das ganze Ding als NumPy, ihr habt gesehen, da gibt es noch ein paar andere Toos, da werde ich teilweise drauf eingehen, also hier sehen wir ja, äh, ist ein ganz normales DataFrame, und klar, haben wir hier drei NANs drin, das ist wie gesagt dem hier geschuldet, ähm, genau, ihr habt gesehen, es gibt hier noch andere Toos, es gibt sogar ein To-CSV, da komme ich jetzt wahrscheinlich in den nächsten paar Videos drauf, wobei wir davor noch ein paar Sachen zu DataFrames machen wollen, wir können hier To-Dict machen, wir können hier To-HDF machen, wir können sehr, sehr viele Toos machen, ähm, Dict ist natürlich jetzt auch möglich, ähm, das ist im Endeffekt genau dieses Dict, was wir hier auch hatten, nur dass halt die Series innen drin auch als Dictionary geschrieben werden, wie gesagt, Index, Doppelpunkt, äh, Ergebnis aus dem davor, das kennen wir ja alles, also ihr könnt die auch hin und her konvertieren, wie ihr wollt, ähm, und ja, schaut euch da mal ganz kurz an, was ihr da alles machen könnt, sogar To-Excel gibt's, oder To-HTML, oder To-JSON, wahnsinnig geil, ähm, sogar To-Pickel, äh, To-SQL, alles, was man sich eigentlich wünschen kann, sogar ein To-String, ähm, und ja, ich glaube, da bleiben eigentlich echt keine Wünsche mehr offen, deswegen ist Pandas halt auch so beliebt geworden, ähm, genau, also wenn, wenn wir To-String printen, dann kriegen wir offensichtlich einen String raus, hätte ich gedacht, aber gut, das war's von meiner Seite, wir hören uns wieder beim nächsten Mal, bis dann, ciao. Ciao.